In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanonische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, Hab erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, Befreie sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete, Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er erwiderte, Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie, Ja, du hast recht, Herr, aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Untertitelung des ZDF, für den Menschen, die vom Tisch ihrer Herren teilnehmen. Untertitelung des ZDF, für den Menschen, die vom Tisch ihrer Herren.